wagen also warte da habe ich noch ein hey baby hat es wieder kann als du vom Himmel gefallen bist und so wie du aussiehst schon eigentlich bringt man mal gespräch fast gar nichts also sagen wir es so ich kenne ich kenne auch ein ziemlich witzigen kannst du mir sagen ob dieses Zerstoff nach Loroform riecht kapiert bitte schlafen gehen Jungs ich hab wirklich kannst mir sagen ob ich Mut geruch habe so ein Gnade um eine Pressure plate ich will aber noch nicht schlafen ich will noch ein bisschen basteln ich bin nein wieso Mama wenn erwachsen ich war die Worte frage ich war ob ich aber auch bleiben darf ich muss da ich bin mit der Schule ja auch immer so und wenn ich sage ich mache noch nicht möchten ob ich es meine Mutter interessiert er weiß dass meine Mutter sich nicht umkommt die Welt stehen erheben die Strecke wohl war das ist bei mir eigentlich auch so wobei ich wobei sie sagt ist lieber was sie die Nacht ist in der Finz am Tag als wenn du den Tag durchmaßen die Nacht weil Nachtstrom ist günstiger ja nach schon ist günstiger da wird es dann wird sogar noch gefallen das Problem ist im Spielzeit war ich habe letztens über das Bild für sich mit der Tat ja erst vorhanden Bord der Bühne Betriebsdauer ein Wunder die sich tun und gelaufen in diesem Monat war teuer er hat das auch nur nachzocken eigentlich und er hat der Weg ich habe mich noch in der Tat genommen wir sind Böse Zeitung immer ja klar aber ich bin 5 und Schulz meine Frage Prozent können wir irgendwann mal nach uns in die Zeit gehen kann man auch denn auch weil ich will nämlich so und wir hätten neunzig Diamanten der Gefläche wurden jetzt drei der Mann Spitzarten mitnehmen äh drei Diamanten drei Diamanten Verwendung mit Spitzern zu nehmen was sind die Diamanten ja ich habe jetzt ist diesmal letzten Aufnahme aller gefunden da wirst du dich Prozent aus dem Jahr der Show waren da ist man meine Videos Leitlin favorisieren abonnieren doch können erstellen noch mal abonnieren Prozent Jahrhundert und jetzt geht es um die Sünder zu tollen nachher zu tun werden Barmherd Prozent Prozent wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen Maha ich also mich ist zu meinen Charakteren ziemlich steifen Hals kriegen nur schaute nur zur Decke nein ich habe das jetzt von meinem Zimmer verglasst Prozent keine Ahnung ich würde so mit Sätzen versuchen ich sehe, dann verdient sich ich gucke mir das Spektatier-Grad zu meinem Zimmer aus an Na, hab ich schon wieder untergefallen Aha ich hab nur zwei Herzen ja, das würde ich dir mal empfehlen alter Dame Zuschauer, der bei mir zu tun, der muss ich doch bestimmt langweilen Toni, äh, meine Frage warum nimmst du mit auf? warte mal was, ich kann ich gar nicht verstehen der Typ ist ein Nippie Alter ich hab nur unten jetzt Zombie-Invasion ich hab nur unten jetzt Zombie-Invasion ich hab nur unten jetzt Zombie-Invasion was ist, ist das dann ungefähr so gleiche wie Worsi? Aaron, zieh dir das mal rein, das Worsi sorry, ich bin gerade am Bauen doch das ist easy Rudi, die Zombie-Invasion ist so gut wie in Gang ne John, wo zum Tor? shit das ist dran was geht zu? scheiße ne nein, Tür böses Tür Aaron, dein Bett steht immer noch hier unten, ne? ich weiß nein, ich weiß auch noch mehr Wolle reaper verdammt verdammt oh, fett ah mein Bruder flamet wieder rechts arbeiten, wir haben dann Spaß ja, Creeper ey Leute ja unten im Haus ist ein Creeper im Keller mal hier komm, seh nicht durch Alter komm, komm, komm komm, komm komm komm, komm, komm komm, komm, komm komm, komm komm, komm komm Alter Schwede ich hab' mal gar nicht klar pff, danke boah, ey, das dauert nachleck mich wird ich und wenn er wird als ich was seit ihr Leitungsvollkanzlerin was kannst du mein Herz spielen kann ich kann mein Kraft spielen im Gegensatz zu euch ich kann mich in den Sprengang das auch bei mir die Kliefer Friedrich Lieber auch ich bin nicht so viel die die Zoll die Arbis hier die Zollmann hier woher und die 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 ein sie hat er fest und dort mit der Leiter der Kugel aber nur Skaalant! Moment nicht! Ich schau mal hinten nach wie es bei der Kartoffelfarm aussieht. Das ist keine Kartoffel! Natürlich habe ich die Kartoffelfarm! Irgendwie müssen wir uns noch etwas einfallen lassen, dass wir hier oben, also über den Keller bauen. Warum über den Keller? Ja, da muss ein Wohnraum, oder was weiß ich, rein! Muss nicht! Hm? Muss nicht! Ja, muss nicht, sollte aber! So, ich habe fast das komplette Haus jetzt mit dem Ort. Und ich habe fast das komplette Haus fertig! Meins natürlich wie immer das teuerste Haus, was ich machen kann, ey! Redstone Boden! Ja! 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 Und das wirklich nur! Ja! Auch wenn er verdammt nochmal 999er Ping hat und wie alle 2 Sekunden disconnected! er spielt heute was für ein Loop ich beiß unter der Achsehöhle kein Kommentar besser so so dann will ich jetzt mal mein Wohnzimmer machen hat jemand mal ganz kurz Platz für ein paar Zäune? Zäune? hat jemand mal kurz Platz für ein paar Zäune zum einpacken? ne eigentlich grad nicht ich bin grad dabei mein Haus zu basteln ok Moment kurz so 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 und das weil da Fick dich drauf gebe also unten im Haus ist schon wieder ein Schufer dann kümmert dich drum wofür hab ich dich bitte sehr angestellt sollst du das reparierst du jetzt heute mal heute mal genug da zu empfangen nein Creeper Scheiße sieht anders aus nein Creeper Scheiße sieht anders aus Creeper Scheiße sieht immer noch anders aus so jetzt hab ich genug ausgeleuchtet jetzt sag ich eigentlich nichts mehr so oh Gott oh Gott wieso los? weil du das bist du hast die Tür mitgenommen oh sind ja eine neue Tür was ist daran so schwer oh 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 und nein kein Creeper wir hatten mal in der ersten season hatten wir glaube ich einen Flanken drin wo die Creeper am Anfang gebrannt haben mit den Sonnen auf den ganzen der Creeper burn ja das war so genial das hat sich gleich spart der mit dem großen Wegen Creepern ne ja vor allem ja ich hab auch noch eingestellt dass die Creeper keinen Explosionsschaden gemacht haben sondern nur einfach nur einen Schaden an deiner den Spielern ja das kann man auch noch machen brauchst du dir noch einen extraen Plug in der Zeit ne ne das ist ne ne das ist da dann ne ne das ist schon in diesem Plug in drin also war auch mit dabei der kann ich auch Feuer einen ausstellen nur zum Glück sind wir niemals soweit bis zum Meter partei gegangen weil dann hätte das spätestens hätte ich es anmachen müssen und dann hätte man spätestens dann alles abgepackt Prozent 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 die Exkursion die Zimmern immer wieder geil aus weil ich habe jetzt ein Textbund weg zu einer Art Prozent und es wird schon ein Kassel klar kann ich da machen weil ich bin In dem Moment mit dem... Danotexturen. Was? Danotexturen. So wie ich! Was ist Spachs? Spachs Pythologie oder was? Ne ne, Misa hat es noch. Oh ja, Misa ist geil. Das muss ich umgekehrt. Ich hab mal so ein geiles Texturen-Paket, das war wie Star Wars. Ja mannschwert war ich mir das Blaue nicht schwer. Die Helme sahen aus wie bei Clown-Tropaum. Das war voll episch. Einmal dann überall Clown-Tropaum umgehauen zu. So denno. Ja, genau. Setz wie immer mal ein Glas-Fail, ey. Ich hab meine Glauben zu holen. Ich bin Block in der Luft. Creepa, äh, nicht Creepa. Enderman. Like an Enderman. Ja Toni, setz dein Glas-Fail. Ach du auch. Ja. Mach' mal anfangen. Okay, einmal. Okay, einmal hoch. Atme die Stelle nicht schon irgendwann mal wieder repariert? Ja. Ich expliziere dich, wenn wir das gleiche Stelle. Keine Ahnung. Wer wollte denn hier unten in den Kellern weiter halten? Dann zumindest was. Okay, doch, genau. Ach, ich hab schon wieder Halle und Snack. Lol, wer hat das ganze Glas? Toni? Ja. Hast du das ganze Glas? Ja. Bei Fuß. Nein. Bei Fuß. Nein. Bei Fuß. Da komm' ich halt. Da komm' er her, mein Gott. Das tut's eingebaut. Emmett sterb vorausgekriegt. Na, war verbaut. Dammit! Was denn? Ist doch gut. Die Treppe ist falsch rum. Sieht auch nicht schlecht aus. So wie so eine Art chinesisches Folterinstrument. Dieser ist was richtig. Die Stehtstand. Danke. Bei? Da? Hm? Klar. Boah. Freilfaktor 39$. Lolo. Lolo. Also ich wollte das werden soll, oder? Genau! Boho wird... Auer modeller Health Tiger Eine.